Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Wohlbefinden von uns Menschen, aber auch von den Haustieren und von den Pflanzen hängt weitgehend vom richtigen Raumklima ab. Gerade jetzt in der Heizperiode sollte man besonders gut darauf achten, dass sich die Luft in den Zimmern auch wirklich mit genug Feuchtigkeit vollsaugen kann. Sonst kommt es dann eben zu den bekannten Erscheinungen wie gesprungenen Möbel, gelben Blätter an den Pflanzen, ausgetrocknete Schleimhüten oder noch schlimmer Verkältungen. Veraussen sorgen natürlich die Natur für den richtigen Ausgleich des Klimas. Hingegen zu Hause in der Wohnung, da sollte man dann schon selber mit einem geeigneten Luftbefeuchter dafür sorgen. Die Satrap Luftbefeuchter bei Coop gibt es in zwei verschiedenen Systeme. Beim Satrap Humisana zum Beispiel, da wird das Wasser aufgeheizt und in Form von Dampf an die Luft abgegeben. Das Modell ist besonders günstig. Nach dem Verdunsterprinzip schafft der Satrap Humidor. Bei diesem System nimmt die Luft nur so viel Feuchtigkeit auf, wie sie braucht, und wird durch diese Filtermatte erst noch gereinigt. Das Gerät braucht sehr wenig Strom und ist praktisch grünschlos. Und jetzt kommen wir zum Coop-Rezept. Es gibt einen Fenchelgratin à l'italienne. Pro Person einen mittelgrossen Fenchel waschen und in Fingerdicke Scheiben schneiden. Im heissen Öl ein paar Minuten anbröteln, würzen, mit Bouillon ablöschen und etwa 10 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit habe ich eine Tomatensauce gemacht aus Zeebeln, Knoblauch, Gewürz und fein gewürfelten Tomaten. Die Hälfte der Fenchelscheiben in eine Gratinform geben, die Fontal-Käsescheiben darauf verteilen, die restlichen Scheiben darauf legen und zum Schluss die Tomatensauce darüber legen, im heissen Ofen gratinieren. Den Fenchelgratin à l'italienne können Sie mit einem Trockenreis servieren. Das genaue Rezept steht in der Coop-Zeitung und morgen der ganze Tag im Teletext, Seite 270. Und jetzt möchte ich Sie noch um Aufmerksamkeit bitten für die Sonderangebote von Coop. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. In allen Coop-Tuit-Yourself-Läden gibt es jetzt eine hochwertige Heimwerker-Hobelbank mit Banklänge 160 cm für nur 279 Franken. In allen Coop-Läden gibt es jetzt einen Bund an 20 Mosrosen für nur 5,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Dosen Midi-Bohne Fein statt 5,80 für nur 4,80. 2 Dosen Midi-Bohne Mittelfin statt 4,80 für nur 3,80. 2 x 80 g Gerber Gala statt 3,20 nur 2,40. Beauty Fluid Oil of Ollas statt 6,50 nur 5,50. Nivea Visage Reinigungsmilch statt 5,50 für nur 4,50. Nivea Visage Gesichtstonik statt 5,50 für nur 4,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag sind Sumas Mandarinen aus Spanien im Netz an 1 Kilo nur 1,10. Und im Netz an 2 Kilo nur 2 Franken. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017